Hey YouTuber, hier ist Max von T-Vape TV mit den besten 5 Waxpans von 2019. Ohne mehr drum herum zu reden, lasst uns loslegen. Auf Platz 1, der Utilien 5. Der Utilien 5 bietet denen, die Wax lieben, ein robustes, effizientes und leistungsfähiges Modell mit 4 Temperatureinstellungen, 2 verschiedenen beeindruckenden Schwulen und einem massiven 1050 mAh Akku, der dich den ganzen Tag über versorgt. Beide Schwulen geben einen ausgezeichneten Geschmack bei niedrigeren Temperaturen und massive Wolken bei höheren Temperaturen. Die zweifach gewundene Kannteilschwule und die dreifach Quadschwule sind beide um schwarze Keramik gewickelt, um einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport zu gewährleisten. Sie bringen den Geschmack wirklich auf die nächste Stufe und bieten einige der leckersten Hits, die wir je hatten. Er ist robust, schlank und passt in jede Tasche. Er ist wirklich ein vielseitiger, gut gebauter Waxman und deshalb unsere Nummer 1. Auf Platz 2, der Links Blaze. Links hat eine lange Reihe ausgezeichneter Geräte und der Blaze ist dabei keine Ausnahme. Dieser kleine Waxman passt gut in deine Hand oder Tasche, ebenso wie die hübsche Schutzhülle, in der er mitgeliefert wird. Alle Kenner, die sich auf die Jagd nach den besten Aromen machen, werden zufrieden sein, da der Geschmack definitiv erstklassig ist. Beide Atomizer sind fantastisch. Der Ace Atomizer ist ein Quarzbehälter mit einer zylinderförmigen Schwule für reinen Geschmack und der Zero ist ein Upgrade des ursprünglichen Zero Atomizers, der einen guten Geschmack und anständige Wolken bietet. Wenn das nicht genug für dich ist, hat der Blaze einen 900mAh Akku, der den ganzen Tag überhält und eine hochwertige Lackierung, die einfach gut aussieht. Die Schwule erwärmt sich fast augenblicklich, die Zugfestigkeit ist ausgezeichnet. Das alles und der Geschmack machen den Blaze zu unserer Nummer 2. Auf dem dritten Platz ist der Ares. Der Ares ist ein einzigartiger Waxband, da es sich um ein Honey Straw handelt, was bedeutet, dass du dieses Gerät wie ein Strohhalm verwenden kannst. Der Ares sieht auch einfach toll aus, mit einem eleganten Edelstahl-Design, das dieses Gerät bei nicht gebraucht wie ein Stift aussehen lässt. Das Beste an dem Ares ist, dass man ihn nicht befüllen muss, was bei den meisten Waxbands der größte Aufwand ist. Bei den niedrigen Temperaturen ist der Geschmack großartig und bei den höheren sind die Wolken massiv. Er ist ein wirklich einzigartiger Waxband und hat den dritten Platz eindeutig verdient. Sag was du willst über das Design des Source World 4, aber er hält im Rennen der Waxbands den vierten Platz mit Leichtigkeit. 10 Atomizer, ich sag's noch einmal, 10 Atomizer ermöglichen dir die anpassungsfähigste Session aller Waxbands auf dem Markt. Er enthält auch einen Boxmaut, der eine präzise Temperaturauswahl ermöglicht, um deine Session weiter anzupassen. Der Source World 4 ist ein erstklassiges Gerät, was man spürt, wenn man ihn in der Hand hält. Source verwendet Titan der ersten Güteklasse für seine Schwulen, was eines der besten Materialien für ein Heizelement ist. Es ist klar, dass Source sich Gedanken über seine Produkte und seine Anwender macht, weil dieser vermutlich der vielseitigste Waxband auf dem Markt ist und somit sicher auf dem vierten Platz sitzt. Auf dem fünften Platz der Hypno Zero. Der Hypno Zero ist mit Abstand einer der schönsten Waxbands, die wir bis jetzt ausprobieren durften. Er hat vier Temperatureinstellungen, um deine Wolken und deinen Geschmack anzupassen. Die keramische Heizkammer und der Atomizer unterstreichen wirklich den Geschmack deines Waxes. Bei höheren Temperaturen ist die Wolkenbildung nicht die Größe, aber sie wird stattdessen mit wohlschmeckendem Dampf wieder gut gemacht. Die Edelstahlausführung ergänzt den Rest meiner Elektrogeräte zu Hause, auch wenn einheitliches Aussehen nicht jedermanns Sache ist. Der Hypno Zero ist perfekt geformt und wird vollständig von der Hand verdeckt. Wenn du also super leckere Wax-Sessions für unterwegs magst, ist der Hypno Zero ein großartiger Begleiter. Wir möchten auch noch einen kurzen Einblick in unsere favorisierten Tischwaxbands geben. Focus Wii ist schon seit langem im Spiel und je langjähriger gut verarbeiteter Tourist, ist ein deutlicher Grund, weswegen das so ist. Er ist in der Lage, sowohl trockene Kräuter als auch Konzentrate zu verarbeiten, da tatsächlich mit zwei verschiedenen Aufsätzen geliefert wird. Er verfügt über eine präzise Temperaturregelung von 90 bis 240 Grad Celsius für trockene Kräuter und 260 bis 450 Grad Celsius für Wachse, so dass der Anwender eine große Auswahl hat, mit der er bei jeder beliebigen Einstellung arbeiten kann. Der Tourist kommt mit einem Wasserfilter für beide Aufsätze, der ebenso die Qualität deines Dampfes steigert. Der Geschmack des Tourists ist wirklich beeindruckend und die Tatsache, dass der Heizbehälter aus echtem Titan ist, festigt ihn als eine großartige Wachseinheit für zu Hause. Focus V sah ein Schlupfloch im Markt der Premium E-Rigs und füllte es ausgezeichnet. Dieses wunderschön konstruierte Tischwachspen hat vier Temperatureinstellungen, Wasserfiltration und bietet fantastische Ergebnisse. Das Wasser kühlt deinen Dampf ab, bevor er deine Lungen erreicht und trägt so zum Geschmack deines Wachses bei. Behalte deine Ladungen jedoch auf Reiskorngröße, da sie sich bei größeren Ladungen festsetzen. Das Glasoberteil sitzt optimal auf und das Ganze fühlt sich einfach erstklassig an. Es ist einfach zu bedienen, elegant und die gesamte Benutzerfreundlichkeit ist ausgezeichnet. Und das war's von uns Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat, gebt uns den Daumen hoch. Wenn es euch richtig gefallen hat, abonniert uns gerne. Und wenn ihr was ergänzen wollt oder Tipps für andere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Also bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max und an euch alle da draußen, und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020